Landwirtschaft Wir sind aus einem einzigen Stück Land in der Wüste gewachsen. Landwirtschaft ist unsere Leidenschaft und deshalb unterstützen wir Landwirte mit aller Kraft dabei. Und das seit mehr als 70 Jahren. Im Mittelpunkt stand bei uns schon immer der Landwirt. Daher kümmern wir uns partnerschaftlich um seine Bedürfnisse. So konnten wir uns zu einem führenden Pflanzenschutzunternehmen entwickeln und damit zu einem anerkannten Partner für Landwirte, Handel und Beratung werden. Unser Bestreben ist es, einfache Lösungen für die Landwirtschaft zu entwickeln. Und das lässt uns Dinge anders angehen. Wir wagen innovative Konzepte und bieten eine breite Palette von Pflanzenschutzkonzepten an. Wir sind ein Teil der digitalen landwirtschaftlichen Community. Daher glauben wir, dass Landwirte, Berater und Händler auf der ganzen Welt ihr Wissen und ihr Know-how im Internet austauschen. Um Risiken vorherzusehen sowie Chancen wahrzunehmen. Die Vorteile der Zusammenarbeit zwischen Ost und West nutzend, sind wir in der Lage, Landwirten präzise Lösungen an jedem Ort dieser Welt und genau im richtigen Moment zu liefern. Es ist an der Zeit zu wachsen, mit Intelligenz und Weitsicht. Dies ist unser Moment. Simply grow together. Together. Arama 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 Vielen Dank.